Willkommen, ich zeige Ihnen jetzt eine ganz besondere Garnetur von Ewald Schillig und zwar das Modell Concept Plus hier als Sofa Gruppe, zwei Sofas im Hochwertstoff 18,5573 Silber sehr elegant, sehr feiner Stoffbezug und eine ganz klassisch kubische Linie schauen Sie sich die Füße an, in der Kombination Holz mit Metall, ganz edel der Sitzkomfort ist mittelsoft, also ein Kaltschaumsitz, eher etwas soft die Kisten sind lose, sodass man sie auch wegnehmen kann und somit kann man prima liegen diese Kisten sind im Angebot nicht enthalten nun, was kann ich Ihnen über diese Garnetur noch sagen? es ist ein Kundenstorno, die Garnetur hat also ein Kunde bestellt und dann nicht abgenommen Sie können wunderbar drauf liegen, wenn Sie das Kissen dann noch weg machen haben Sie noch mehr Platz Sie haben zwei Sofas und sind damit total flexibel im Stellen und Sie brauchen vom Maß her bloß 2,12 m für das große und 1,91 m für das kleine Sofa Ewald Schillig Concept Plus zum absoluten Hammerpreis jetzt bei uns einmal für Sie Dankeschön und Tschüss Und jetzt kommt das Kissen und dann geht es um Kissen so ganz gut